Musik Ich könnte nochmal erzählen, was heute so passiert hier, was macht ihr hier, was läuft so den ganzen Tag? Die Idee ist, dass die Leute mit ihrem Velo kommen und sie erst einmal etwas putzen würden. Und wenn es kleine Reparaturen hätte, würde ich mir helfen, um kleine Reparaturen zu machen, das ist die Idee. Was war so der Standard, dass die Velo einfach mal putzen oder die Platte oder was ist? Ja, das war schon ein bisschen alles. Also die Türen, sogar ein bisschen kompliziertere Sachen, die man anfangen kann, und sie merken, dass sie Hilfe bekommen, die sie vielleicht nicht selber gemacht hätten. Das war so eine liebste Erinnerung dieses Jahr. Gibt es da noch etwas im Hof? Ja, es war eigentlich den ganzen Platz. Ja, es war gut, weil wir ja die Musik aufgestellt haben für den Zitplaton. Und dass da eine grosse und kleine Pedale und gemerkt haben, dass man mit Pedalen Strom machen kann, dann passt es ein bisschen Zeit auch noch. Ja. 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 Ja.